Willkommen bei unserem neues Projekt, die geschieht. Er ist wieder das Signal mit Mott. Popo Mott, also ich habe sehr viel mit Projekten aufgebaut. Ich erzähle euch immer eine Geschichte. Hier habe ich gehört, hier wäre ein Toter aus seinem Grab geschlügt. Um seinen Bruder in das Grab zu stecken. Aber es scheitert. Der Bruder hackte ihn in den Kopf. Bis heute gammelt der Kopf noch. Weil ich liebe Eiscreme. Ich sehe das Stoff. Der ist wegen Stoff. Stoff sind die Flüge. Und jetzt sind die Wünsche geblieben. Aber kommt schon. Wo ist denn die Ante hin? Alles wird zerfallen, was nimmt die? Entschuldigung, ich bin immer Dienstag, bis es rauskommt. Was ist mit den Häusern denn los? Hallo? 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 Hier ist niemand. Oh. Eine Kirche. Schön. Ah! Normales Wohnhaus, Bauernhaus, eine Bibliothek. Ich muss irgendwie hochkommen. Los! Ah! Was ist denn das hier? Da fackeln kann, Mensch. Ein Aufsichtsturm. Witzig. Ein Aufsichtsturm. Es ist so. Schönst du kommen, dass ich diese Sachen nicht so ein bisschen. Die ist sogar noch ganz frisch. Elbe-Hotier kommt immer Dienstag. Manchmal kommt der Gas Explosiver, müsste cool. Aber darauf will ich nicht hinaus. Ist das ein Fleischhaus? Ja, ein Fleischhaus. Hier waren die Tiere wahrscheinlich früher. Irgendetwas oder irgendwer. Ah, das ist ein Händlerhaus. Cool. Das ist mein Gebruch. Das ist nicht mehr Stadtbild. Wenn ich nochmal hier bin, dann kann ich nochmal ein Hausblatt weg. Du verfressenes Schwein. Soll das verfressen? Ach, Moment. Du bist auch so gierig geworden. Tschüss. Okay. Okay. Oh. 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 Was war im Strat? Ernst? Ich werde Musik... Bis bald. Was war es eigentlich für ein Merk? Das Geräusch. Keine Sorge. Bis bald. Oder bis Dienstag.